Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So. Ich tu das erstmal größer machen. So. Heute spielen wir Super Kirby Clash. Vor langer, langer Zeit in einem Reich weit, weit entfernt, gab es das friedliche Land, Twin Kingdom. Eines seltsamen Tages begann Hornrahm die Küste zu verwüßen. Und so brach Team Kirby auf, um dem Königreich den Frieden zurückzubringen. Ich hab Hunger und Durst. Ich grüße dich, Rosa Fremder. Du musst Kirby sein, richtig? Danke, dass du unser Twin Kingdom beschützt. Du bist ein echter Held. Und wovon ich spreche? Nun, Hornrahm tobt wie wild an der Küste. Und wir haben keine Ahnung, was wir nun tun sollen. Kannst du ihn nicht aufhalten und unser Königreich retten? Neige den Controller um, um dir die Missionstafel links anzusehen und mit deinem Team loszulegen. Worauf wartest du noch? Hopp, hopp! Und sei bitte vorsichtig. Okay. Okay. Oh, Story-Mission. Küste. Hornmann. Okay. Hornrahm. Oh, ein Matchspieler. Ich tue ihn genauso wie ich. Ein gelber. Okay. Aufbrechen. Wui. Kampfwissen auffrischen. Oh, oh. Äh, äh. Ah. Aha. Aha. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh. Gut gemacht. Warte, Leute, ich hab mal was gelesen. Uh. Boah. Oh, ja. In die Scheibe. Ja. Ja. Oh, scheiße. Oh, schnell. Ja. Ja. Nein. Nein, daneben. Manu. Gleich ist der Gegner überwunden. Danke. Boah. Boah. Was für einen Schlag hab ich ihm mitgegeben. Ich liebe Kirby. Wir wohnen. 100. 200. Aber doch. Erfahrung. Zwei hundred und neunundundundundundundzig benötigte Zeit. sind 0,59,80. Wow! Und Level 2! Okay. Uh! Aha. Feuer und Wasser. Mm! Bereiche Level 2. Äh, 3. Zum Dorf. Willkommen zurück. Danke, dass du Hormann besiegt hast. Leider gibt es immer noch eine Menge Feinde, die sich in unserem Land herumwüten. Kirby, du bist unsere einzige Hoffnung. Es gibt da übrigens noch etwas, das du wissen solltest. Der Apfel-Juwelenbaum trägt nun endlich Früchte. Zeit für die erste Apfel-Juwelen-Ernte. Hier, nimm ruhig ein paar. Oh, wie viel kriege ich? Oh, 10! Oh, das hätte ich fast vergessen. Der Besitzer des Kramladens hat dich gesucht. Du solltest mal bei ihm vorbeischauen. Und wo ist er? Hier? Nee, ist nur eine Glocke. Vielleicht auf der anderen Seite. Ah, bestimmt ist er das. Äh, da bin ich. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn hier? Der muss Kirby sein, wie ich hörte. Bist du neu hier im Dream Kingdom? Mein Name ist Magulor. Ich bin der Besitzer dieses Kramladens. Hier findest du alles, was das Herz begehrt. Waffenrüstung, sogar Hilfs. Hilfsitems. Nimm dir ruhig etwas Zeit und zieh dich um. Okay. Waffen. Okay, ich lese das jetzt auch. So, Rüstung. Ja, ja, ja. Ja, brauchen wir nicht alles. Also, ich kann es... Hier kann... Also, Leute. Äh... Also, hier kann man Waffen kaufen. Hier Rüstung. Hier Hilf-Items, damit man, ähm, halt sich retten kann. Ein Sticker. Und das kostet halt echtes Geld. So. Wie man hier auch liest. Hier kannst du den Nintendo Shop aufrufen, um Apfel-Ewählen zu kaufen. Wir gehen mal zu Waffen. Uh. Oh, das sieht legal aus. Oder das? Oh, ich kann mir... Nein, das kann ich mir nicht leisten. Aber das. Kaufen. Ja. 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 Okay. Rüstung. Uh. Uh. Aber ich kann mir den kaufen. Ja. Okay. Jetzt bin ich gut vorbereitet. Ab geht's zu dem nächsten Kampf. Und die Apfel-Ewählen müssen 24 Stunden reifen. Mein Kramladen hat rund um die Uhr geöffnet. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich geh mal hier hin. Oh, das sind grüne. Oh. Dünnen. Äh. Dünnen. Und da gibt's... Oh, da gibt's... Glaub ich... Den rum... Nein, ich bin... Hier gibt's einen neuen Feind und da... Lass... Wen gibt's denn hier? Mh-hmm. Und hier... Und hier... Der hier. Lass uns... Zuerst den hier machen. Oh. Wir haben jemand Neues. Also. Ich tu die gleich ausrüsten, weil... Da muss ich nie immer andere Sachen anziehen und so zurück. Und deswegen... Und so sind die immer gleich zusammen. Stark. Nur ich kann nicht reden. Yay. Halt ja gerade so rum und einen rum. Ja, genau das hab ich gelesen. Komm mal her. Ah. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah. Ah. Äh. Doch keine gute Idee, oder? Du kleiner Rabauke. Geh mal von mir weg. Oh. Danke. Danke. Und... Dumm. Eine Scheibe. Das sind echt die besten Attacken. Ich muss noch ein bisschen warten. Warten. Oh, ja. Wir haben alle drei. Okay. Nein. Das ist nicht der... Oh, ich bin so scheiße. Oh. Ja. Gewonnen. Und ich hol mir erst mal einen Keks. Ich hol mir. Gewonnen. Das ist mein Keks. Butterkeks. Oh mein Gott. Sieht gut aus. Okay. Der wird drei. Okay. Okay. Oh. Ah. Aua. Willkommen zurück, Kirby. Hoch. Hoffenbar gibt es noch andere neue Missionen. Und zwar sind das Party-Missionen. Die kannst du alleine oder mit anderen Leuten spielen. Spielen kannst du. Schau dir die Missionen-Tafel an. Okay. Oha. Ah. Ah. Party-Mission. Danke Team Kirby, Heldentaten. Stehen jetzt Party-Missionen zur Verfügung. Hier findet sich leichter Fragmente und Apfel-Juwel als in den Story-Missionen. Aber ich. So, ich habe nichts gehört. Nichts gehört. Oh mein Getränk. Was? Dein Ruhm wächst. Und ein Mitspieler hat sich dir angeschlossen. Dein Team ist jetzt komplett. Oh. Hier. Den hier. Jemand kommt. Leute, ich dachte gerade hier steht, abbrechen. Aufbrechen. Ich mache mal wieder. Ich kann heute kein blödes Deutsch, Alter. So, jetzt sind wir schon zu Tritt. Äh. Ja, moin. Ich fliege erstmal. Oh, Scheiße. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm doch her. Komm doch her. Komm doch her. Wer hat mich aufgehört? Hab ich dich? Hab ich dich? Oh, wow. Gefa, 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 gefa. Jetzt musst du dir das allein schaffen. Mist. Ja. Zwei Dinge. Geil. Brauche nur noch zwei. Dünner. Ja. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Ich fühle mich gerade so voll komisch. Ich bin so dumm, Alter. Er ist gestorben. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Feind. Doktor Eisbett. Dazu sollen wir mal ein Magier versuchen. Mach ich mal. Ein Magier. Diese Scheiße. Ich komme hier so bescheuert vor. Mal gucken, was der Magier leistet. Hallo, bist du bescheuert oder was? Ich tue hier gerade meine Attacke aufladen. Okay, der Magier kann gut schon Sachen machen. Und, Leute, mein Daumen tut schon weh. Scheiße, Alter. Geh mal von uns voruert. Guck. Nein, 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 nein. Aber echt, der Magier hilft ja gar nix, Alter. Leute. Hier. Ich hab' die Teufel. Nein. Aber schon gut. Und Tamm. Ja. Das war der letzte Schlag. Bitte schön. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Okay, Leute. Das war's schon wieder mit dem Video. Tut mir leid. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.